Schaui Leute Jo Leute was geht ihr da mit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamerbrudder Freunde, heute gibt es ein neues Icon Discard Moments, Double Time ist am Start, heute 500k im Misspreis Icon Moments Stürmer Position Mittlerweile ist auch der gute R9 hier auf dem Markt, kostet immer noch seine schlappe 11 bis 12 Millionen Coins Ja, es ist schon wieder Montag Hallo Tisi Schubert Guten Tag, falls es jetzt, ich rede jetzt mal falls, es jetzt dazu kommt, dass wir verlieren Müssten ein dicker Ronaldo abstoßen, dann wäre für uns der Account weg Wer Account genommen? Dann wäre Account genommen Der wäre weg Freunde, lasst ein Like da Das ist nämlich das Ziel für diesen Format Am Ende eines jeden FIFA-Teils Die Accounts zu nehmen Freunde Lasst ein Like da alle, falls ihr das Format weiterhin feiert und schreibt unbedingt Kommentare Was ihr als nächstes sehen wollt Wir hatten überlegt, vielleicht mal ein Retro-Draft zu machen Das heißt, wir das K natürlich in 21, aber bauen das Draft dann in FIFA 19 oder so Also schreibt es mal rein, falls ihr feiern würdet und was ihr noch so für Ideen habt Wir variieren ja aktuell immer ein bisschen rum Letzte Woche ZDM, diese Woche Stürmer Also gerne reinschreiben Tisi Schubert, habt da Bock, von mir aus kommen wir rein Wir gehen rein Wir gehen da rein, Timo übernimmt auch heute das Projekt hier Jo Leute, bevor es mit dem Video losgeht, kurzer Hinweis auf meinen Partnern Level Up Denn ihr habt es vielleicht schon mitbekommen Die Jungs und Mädels von Level Up feiern Dreijährigen Geburtstag Und da ist bei meinem Partner auf jeden Fall auch eine richtig freshe Rabattaktion Und ich würde sagen, die zeige ich euch einmal ganz kurz Bleibt kurz dran, denn ihr könnt auf jeden Fall fett was sparen Wenn ihr die Sachen von Level Up feiert, ist das ziemlich nice Und zwar gehen wir dafür ganz entspannt einmal kurz auf die Level Up Seite Und wir nehmen jetzt einfach mal irgendwas in den Wagenkorb, worauf wir Bock haben Galaxy Edition, nehmen wir noch die Nuclear Edition Das sind auch so die beliebtesten Geschmäcker bei Level Up Feiere ich auch mit am meisten Wobei meine Empfehlung immer noch Nuclear Galaxy ist Ist mein Lieblingsgeschmack Und dann geht ihr einfach zur Kasse, Freunde So, ganz wichtig, weil immer viele fragen, wo kommt der Rabattcode Ihr geht auf jetzt sicher bestellen Und danach kommt das Fenster, wo ihr das eintragen könnt Und zwar hier Rabattcode Und da ganz wichtig, meinen Code BROSKEY nehmen Der ist jetzt nämlich auf 30% hoch Und dann seht ihr schon, was da abgezogen wird 55 Euro statt 80 Euro Das ist auf jeden Fall richtig nice, Freunde Checkt das ab, könnt ihr mich sehr gerne supporten Level Up, drittes Geburtstagsjubiläum Auf jeden Fall zusammen feiern Euch gerne was in den Wagenkorb hauen Und wer Bock noch hat, sich was von Level Up zu gönnen Der kann das gerne tun Und jetzt viel Spaß, gönnt euch Wer möchte ein bisschen Dreck wegwerfen Ich werde keine, keine Dreierketten mehr nehmen Dreierketten ist, das hat sich nicht bewährt Ich gehe mit sowas hier Aber die Drafts könnten auch mal wieder ein bisschen gönnen Ich muss dazu sagen Ich bin jetzt zwei Drafts hintereinander ohne Icon Bin Icon los Sehe ich mich, sehe ich mich Ich habe Selbstvertrauen wieder getankt Okay, sehr gut, sehr gut Ich habe es getankt Ja? Ja Ja? Ja Ja Ist okay? Ja Ja Gut, nehme ich mit? Warum kriege ich nie Icons? Ja Ist das so frech? Ja Ja Ist okay für dich? Ja, ist okay Welcher soll ich mitnehmen? Ja, den da Ja, ist okay für dich? Ja, ist okay für dich? Wahrscheinlich kommt jetzt da genau das andere Problem Ach du Scheiße Ja Ist okay für dich? Ja, ist okay Ich habe eine Icon auf Linksverteidiger, was will ich denn damit? Oh ja Auf Linksverteidiger eine Icon Sehr gut Sieht aber schon mal gut aus Ja, ist halt die Frage Ich muss aber eigentlich Ja, muss den mitnehmen Scheiße Karim Räcki Ja, muss den mitnehmen Ich muss halt in die Mitte mit dem Laporte und sowas gehen Vielleicht sollten wir jetzt die offensichtlich, wenn der komplett überspiele Weil hier hinten, sind wir ehrlich, gehen wir Wir gehen uns safe nicht in die Liga Können Sie aber halt noch ein Messer Wobei halt die andere Seite müssen haben Ey, ich kriege Mitte Juli eine Auswahl zwischen fünf Goldspielern, wo der beste 78 hat EA Sports, bitte Ich hoffe, ihr schaut zu Ich spiele hier einfach im Juli Ein Draft mit einer Mit einer Breiten Innenverteidigung Mit Feldmann und White Ah, wusste ja Non-Rare-Gold Ja, was müssen wir Was soll das? Was soll das, EA Sports? Was soll das? Guckt euch das an Was habt ihr getan? Der ist natürlich jetzt gut, da sag ich nicht Der ist gut, da sag ich nicht Das ist super Gehen wir vorhin haben, ne? Ja, ja, komm Das ist super Auch vom Rating Was gehen jetzt auf? Ich hab zwei Icons Scheiße, ne? Ja, falls wir dann später darüber gehen, oder? Ja, ja, ja Gehen wir halt mit dem Ja, genau Ja, ist egal Okay Das wird egal sein Falls ein Ramos kommt, oder? Ja, ja, ist egal Hinter sitzt noch Gut, aber falsch Rating Ja, das war okay Oh, das ist ja eh durch Das ist ja eh durch Perfekt Ach, Mann Gut, sehr gut Sehr gut Komm, bitte Die andere Seite ist noch ein bisschen Komm, 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 bitte Warum alles für eine Position, Dinger? Es sind so kranke Ratings Was ist denn was? Kannst du aber trotzdem mal mitnehmen, oder? Bitte helfen Sie, bitte helfen Sie mir Ja, lass mal halt mit England drüber fahren, weißt du? Zur Not irgendwie Da könntest du den auch auf... Ja, könnte man halt auch der Rui, oder? Für der Frisch? Ja, ging er hoch Was machen wir denn? Johnny, Barnes Ich würde fast Barnes mitnehmen und den auf RM dann stelle Wenn... Das ist schon... Alter, das ist halt schon wirklich... Tripper, ach... RM wäre halt top Da passt erst mal oben hin, ne? Darum den reinballern? Ja, ja, das wird... Oder was machen wir denn hier? Ja, aber das Deck bringt uns ja nichts Wieso man das machen muss? Muss... Muss... Bis hier auf die Chemie Das ist einfach Brasilien-Draft, das ist auch okay Ja, perfekt, perfekt, ganz wichtig, ganz wichtig Wichtig Ja, bei uns irgendwie sieht es gut aus und es kann auch Heim-Türkis sein Wir brauchen eigentlich nur zwei Positionen zu schließen Boah, fuck Passt ja Passt ja Gegen den Ding, ne? Ja, passt ja Ja, 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 ja Rein da, rein da, rein da, rein da Muss Oder halt der vorne, der wäre halt auch zu, ne? Aber dann können wir den raus machen Muss, muss, muss Was mit die Maria? Nein Toll Muss Oh, hat denn der Punkte? Der hat aber auch irgendwo hier Punkte hinten gegeben Komm erst mal Die Bewertung ist wild Wild Habe ich schon nie gesehen, ne? Habe ich schon nie gesehen, ne? Äh Für alle Fälle? Ja, für alle Fälle Für alle Fälle Für alle Fälle, Stefanie Nimm mit Bitz, ich brauche einfach Innenverteidiger Nimm mit Wir müssen jetzt wirklich hinten irgendwas, ne? Gestein mit Wir müssen jetzt wirklich hinten irgendwas, ne? Gestein mit kriegen Muss Muss, muss Ja, ja, muss Muss, muss Ganz wichtig Das hab ich schon nie gesehen da oben, ne? Das hab ich schon nie gesehen Browski Nur, nur zur Info, ne? Ja Bei uns steht Bewertung 95 Aha Und wir haben noch fünf offen Ja, bei mir ist Raubf Was war denn das? Kopfhörer Bist du noch da Browski? Ne, ne Ne, ist noch da Ich bin noch da So, komm Ich bin noch da Mach jetzt nur kein Boah Das ist aber auch gut, ne? Müssen wir mitnehmen Müssen wir mitnehmen Dann wäre nämlich der Hände der Kollege komplett durch schon Wenn wir aber ach Wenn wir jetzt den Stuhl mal reinballern, ne? Dann sind wir auch durch Dann sind wir auch durch Ja, das ist korrekt So, wir müssen aber den hier mitnehmen Um einfach mal wirklich zu Kannst aber auch neben den anderen mitnehmen Dann sind wir auch safe Ja, ne? So, wir müssen mitnehmen? Ja, nimm mit, komm Okay, wichtig Nur fürs Ego Nur fürs Ego Ja, jetzt kommt die Scheiße Beste mit Wichtig, wichtig, wichtig Gib mit, ne? Ja, gib mit Läuft's bei dir, Browski-Tobbe noch? Wer hast du noch? Ich? Äh... Bringt uns ja nix, kannst du auch Aber wir haben ja noch das Ja, okay Wir haben ja noch den, ja Nimm mal einen Moment Der war immer der Beste Ach, dann hast du das Ding? Ja, wir können auch kein Ding Den können wir auch nicht reinstellen Wen? RV Du kannst ja nicht in die IFO jetzt da grad stellen Du machst du das Weiß nicht Ja, wir könnten aber noch mit Zwunden, ist egal Nimm mal den mit? Ja, nimm mal mit, komm Naja, bringt ja auch nix Auch kannst du mitnehmen Das ist zwei mehr Den hier mitnehme Oder den für Ja, ne? Für hinten rein Obwohl, doch, ging Könnt man dazu noch rauswerfen Ja, ja Ja, wow Wow Ist egal, ja Ja, okay Ja, okay Okay, dann mix mal durch das ganze Projekt Der muss dann vorne rein, ne? Wir können den hier rüber Nur Angst, wenn der jetzt halt rausgeht, dass dann Ich glaub, da wird er noch eins Naja, ich weiß nicht Wichtig, ganz starkes Ding Ganz starkes Ding Ganz starkes Ding Ganz stark nach Hause gefahren, Digga Ganz stark hab ich das Projekt nach Hause gelenkt Wichtig für deinen Selbstvertrauen So wichtig, Digga Ich bin wieder so zurück Den tauschen, ne? Wen? Den kannst du noch gegen ein 81er haben als Projekt der nächste Bist du fertig bloß gemacht? Jetzt oder hast du noch? Ich arbeite grad für mein Geld Ah Na, ich muss versuchen Das Ding haben wir gewonnen Ja, das haben wir gewonnen Das Ding haben wir gewonnen Das kann man dann verlieren Oh mein Gott Oh mein Gott Ja? Was habt ihr? Wir holen einen Manager ab Wir holen einen Manager ab Ja, ja Kann er nicht, Digga Kannst du nicht Also, wir holen unseren Manager ab Und bei uns steht dann Sehr schmierig Ja, warte, Timo nimmt noch den schmierigsten mit Bei uns steht einer 193 Ja, okay GG's Ganz stark Hab 192 Hab noch gut gekämpft Pfff Man muss das zusagen Ich hab wirklich Vollkampf 95, Alter Fuck Digga, ich habe Hazard 98 Militao 96 Ronaldo 98 Mbappé 97 So ein geiles Team Und dann Innenverteidigung 75 und 77 Tut so weh Ich sag dir mal bei uns Wir haben Alle nicht eingebaut gekriegt Wir haben Vinicius 97 Pogba 95 KDB 96 Hazard 98 Defreech 92 Genwell 97 Und auf der Bank Also auf der Bank haben wir noch Cristiano Ronaldo Todi Das ist dein Ding Und mein Account Vernichten Das ist dein Ding, Timo, ne? Soll ich? Muss Es ist ein guter Lauf Irgendwann ich jetzt gerade ein Ding gebaut habe Es ist ein guter Lauf Ich hau noch Rechnung auf, wenn wir bloß gehen Und Steini hat mich das letzte Mal ziemlich hops genommen Vor allem mit einer Zeichen Ich nehme die 11 Und zwar für Steini Die ist für die Steini Fix weil es nur 11 Karten gibt und keine 12 Die ist für die Steini Ja was ist? Ja was ist? Ich bin da Hä? Ich bin da Wie viel? Kannst du die Zahl noch wiederholen kurz? 11,2 Millionen Ne wie machst du das? Hast du denn am Anfang noch gesagt, du hast noch was 16 oder sowas? Ja das ist schon gut Der Nächsten, den ich nach Hause schicke, Digga Zurück auf die Schulbank Ich habe schon einige, die es auf die Schulbank geschickt Bei dir, du hast aber irgendetwas Accounts nehmen, ne? Direkt schon ein bisschen kurz locker Locker lässt sich ein bisschen Einfach nur ein bisschen locker lässt Also auch irgendwie mein Sieg mit, oder? Fahr ein bisschen Auto So ein bisschen Aber mir wäre das wichtig rausgehen, dass wir den einfach wirklich auch in den SBC packen, ne? Das wäre aber auch ganz wichtig an der Stelle Hier kommt der Pay2WinExpress Aus dem Weg, du Geringverdiener Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao Ego Tijani Ero Naldo Ero Naldo Ero Naldo Ero Naldo Ero Naldo Ero Naldo 11 Millionen Bella Ciao, 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 Ciao Er ist eigentlich noch ein bisschen stein, ne? 11 Millionen Stoß nochmal, oder? Darf ihr zu ekelhaft trinken? Ja Digga, ich pack einfach die seltenste und wertvollste Karte im ganzen Spiel in der scheiß SBC Und es ist das zweite Mal, dass ich den fetten Mixer dieses Jahr das gar nicht so Ich hab keinen Bock mehr Ich hab wirklich keinen Bock mehr Männer Ciao, Ciao, Ciao 11 Millionen Kannst du kurz ein weinerische 11 Millionen machen statt 5? Machen kurz 11 Millionen Es ist zu viel Digga, das gibt es nicht Mein Account ist tot Ist ja echt hart Ja Ich hab gerne 9 Moments in der SBC Ich möchte mich dazu nicht äußern Ich möchte mich dazu wirklich nicht äußern Ey, sag mal so Digga, die 6 Wochen gehen auch so rum Am besten mal ein Urlaubfahrer ist gut Ja, nimm dir mal ne Pause, du brauchst sie jetzt Ich mach ein Schläfchen, ich wach bei FIFA 22 Wie ist denn das eigentlich? Wie ist denn das eigentlich, wenn wir jetzt bei uns aufnehmen? Und er muss jetzt was diskarten, kann man irgendwie dann schon Credits aufnehmen für FIFA 22? Dass man dann da irgendwie dann was Ins Minus geht Ins Minus geht Und das mitnimmt die Altschulter oder Insolvenz oder so anmeldet, geht das dann? Na, sehen wir dann gleich, wie wir das bei uns machen noch, ne? Bella, ciao, ciao, ciao Elf Millionen Elf Millionen Ciao, ciao Ciao, ciao